Ganz ehrlich? Unfair. Yo! Was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Brookhaven-Video und Danja, herzlich willkommen zu einer neuen 24-Stunden-Challenge hier in Brookhaven. Hello! Ja, was machen wir eigentlich? Du hast mir gar nichts gesagt vorher. Ja, und zwar werden wir heute, Danja, 24 Stunden in fremden Häusern leben. Das haben wir ja schon gemacht, aber diesmal wird es ein bisschen schwieriger, weil wir müssen in den Secret-Spots in den Häusern leben. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Glück, das richtige Haus zu finden und dann noch ein Secret-Spot im Haus zu finden, okay? Hätte ich mal die Mythen-Videos angeguckt von dir. Tja, aber dafür brauchen wir natürlich Glück mit dem Haus, ne? Das stimmt wohl. Okay, du darfst auch gerne starten, ne? Wir starten hier von der Mitte und danach immer von Haus zu Haus. Also es geht um die Häuser, es geht jetzt nicht um die Secret-Spots hier bei den Gebäuden, ne? Ja, okay, alles klar. Okay, alles klar. Dann hast du ab jetzt zwei Minuten Zeit. Okay, lasst du. Also du kannst dich auch hinterher portieren, ne? Achso, okay, ja, dann ist ja gut. Ist erlaubt. Ist erlaubt. Ach, natürlich. Also es ist alles erlaubt heute. Alles ist erlaubt? Gleich alles? Ja, Hauptsache du erreichst in zwei Minuten halt ein Secret-Spot, ne? Okay. Und ein Secret-Spot dann ja auch zur Erklärung kann sozusagen auch eine Wand sein, ne? Wo man sich reinglitschen kann, so. Das reicht schon. Okay. Also zum Beispiel bei Badewannen oder so ist das ja oft der Fall. Aber was jetzt nicht zählt, ist zum Beispiel ein Waschbecken, weil das ist ja überall gleich. Mhm. Okay, ja, ich glaube hier war doch irgendwie was, wo man so hoch... Ja, okay. Bin... Okay, hast du was gefunden? Ja. Ernsthaft? Ja. Warum denn nicht? Okay, jetzt bin ich ein bisschen schockiert. Also ich hätte nicht gedacht, dass du das schaffst, aber... Wow. Gut, okay. Wow. Alles klar. Okay, Start. Gut, dann... Schön, dass du mir gar nichts zutraust einfach. Äh... Das freut mich wirklich sehr. Boah, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich weiß, ob ich hin... Oh, warum ist denn das Haus jetzt hier abgeschlossen? Wenn wir gebannt werden, ist es natürlich vorbei, ne? Also... Hä? Oh, jetzt kommt... Wie jetzt, wenn wir gebannt werden, ist es vorbei? Ja, dass wir in dieses Haus dann nicht können, ist ja klar. Aber das steht ja völlig fest. Also das brauchen wir nicht diskutieren. Okay, so, wo war denn jetzt... Gibt es hier denn überhaupt einen Secret Spot in diesem Haus? Oh, ist das blöd. Oh, ich krieg zu viel. Jetzt hab ich hier ein Haus ausgesucht, wo es gar keinen Secret Spot gibt. Es gibt safe einen. Es gibt doch, glaub ich, in jedem Haus einen Secret Spot. Ja, aber jetzt... Also du kannst dich nicht im Kleiderschrank verstecken und sagen, das ist ein Secret Spot. Okay. Aber wenn es dort eine Wand gibt, wo man reingehen kann, kann man sich da wahrscheinlich schon... Eine Wand, ja, aber da muss man ganz klar da drinnen sein. Ja. Aber es gibt doch auch... Nein, ich glaub, es gibt überall irgendeinen. Also irgendwo kann man sich safe... Ja, tu mal so... Bist in Mythen-Videos immer so leicht schockiert und jetzt denkst du so, ja, es gibt ja überall was. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es überall was gibt. Also zumindest irgendwie eine Wand, wo man sich reinglitschen kann, doch, das wisst ihr aber... Wie viel Zeit hab ich noch? 40 Sekunden. Okay, dann schau ich vielleicht mal... Also unter der Treppe reicht nicht, ne? Nein. Glaub ich nicht. Wenn da eine Tür auch ist. Ja, wenn eine Tür da ist, nicht. Muss schon irgendwie... Also irgendwie musst du es schon rechtfertigen können, dass es ein Secret Spot ist. Okay, warte. Vielleicht schaff ich das hiermit. Vielleicht komm ich ja unter das Dach. Habe ich vielleicht einen neuen Secret Spot entdeckt. Äh... Ja, nö. Anscheinend nicht. Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt habe ich direkt im ersten Haus keinen Secret Spot gefunden, oder was? Deine Zeit ist abgelaufen. Sehr gut. Ja, okay. Gut, 1 zu 0 für dich. Ich habe keinen Secret Spot gefunden. Wichtig ist auch dann ja, wir dürfen natürlich nicht gleichzeitig im Secret Spot sein von einem Haus, ne? Ja. Okay, alles klar. Zwei Minuten ab jetzt für dich. Mann, Leute, das kann nicht wahr sein. Darf ich mich aus dem Haus dann eigentlich auch wieder raus teleportieren? Ja, darfst du. Chillig? Ja. Siehst du, heute bin ich mal nett. Chillig? Und dann schafft sie diese Challenge noch. Ich kriege zu viel. Ehrlich, ich kriege noch zu viel. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich weiß natürlich halt auch immer nicht, wo du gerade bist, ne? Ja. Das ist dann halt auch immer so. Ich kann ja hier im Haus rumlaufen gerade. Das macht ja keinen Unterschied. Chrissy, wake up. Äh, okay, das ist es nicht. Und natürlich braucht man auch Glück mit dem Server. Ja, weil hier sind nämlich gerade auch sehr, sehr wenig Häuser. Irgendwie. Also wenn wir merken, dann können wir auch gleich natürlich den Server mal wechseln. Okay. Mhm. Das ist ja auf jeden Fall mal gut zu wissen. Ich glaube, da läufst du rum. Zumindest ist da gerade jemand rumgelaufen. Dann werde ich da mal nicht reingehen. Äh, hier gibt's glaube ich tatsächlich... Nee, hier gibt's glaube ich tatsächlich nichts. Boah. Schwierig. Auch wieder zwei Minuten. Bitte sperr mich nicht aus gleich. Jetzt bin ich hier rausgefallen, aber ist überhaupt nicht schlimm. Okay, du hast noch knapp 40 Sekunden. Das ist schade. Mann, warum habe ich denn hier keinen Secret Spot? Hast du gerade einen gefunden? Nö, natürlich nicht. Achso, weil du gerade so aufgehört hast zu reden. Das klang so, als hättest du jetzt gerade einen gespottet. Nö. M-m. Such gerade hier zwischendurch, aber... Hallo. Ach, das ist ja du. Hallöchen. Guten Tag. Ja, kannst du suchen. Kannst du ruhig suchen. Aber du hast noch 20 Sekunden. Das sieht mir schlecht aus hier. Das sieht mir irgendwie schlecht aus. Ja, sehr schlecht. Ach, ich hasse es. Ich hasse es, wenn das so ist. Also Khan, du hast hier irgendwie den... Und die Zeit ist... Um. Beknacktest du den Server auch ausgesucht einfach. Sorry. Okay. So, ich bin ready. Du hast nichts gefunden. Ja, los. Let's go. Okay, so. Darf man eigentlich pro Haus nur einmal? Oder könnte man jetzt... Ja, wobei, wenn es im Haus mehrere Secret Spots gibt, dann ist es okay. Okay. Ich glaube, hier gibt es noch was. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ah, jetzt hat die Person das Haus weggemacht. Okay. Jetzt haben wir natürlich das Problem mit dem Schlafsack, ne? Ja, das muss halt auch funktionieren, ne? Okay. Das funktioniert. Okay. Ja, okay. Hab was. Hast was? Okay, alles klar. Ja, ich hab mich über dem Kamin versteckt in der Wand. Sehr gut. Okay. Hab ich gefunden. So, jetzt bist du dran. Drei, zwei, eins und go. Ich muss mal gleich auch gucken. Ich kann ja schon mal gucken, welche Häuser es gerade momentan gibt. Okay, hier könnte ich jetzt gerade Häuser da, wo man Secrets finden kann. Okay, das ist jetzt tatsächlich hier so ein bisschen... Oh, ich hab was. Oh, ich hab was. Ja. Ja. Wo denn? Obwohl, sag's lieber nicht. Sag's lieber nicht. Ich hab was gefunden. Gut. Das ist dein zweiter Secret Spot in einem fremden Haus, wo du leben darfst. Ja. So, jetzt bin ich wieder dran. Starte mal los. Ab geht da, der Peter. Ja, perfekt. Man darf zwei Secret Spots auch in einem Haus, ne? Ja, hast du vorhin gesagt. Ja, perfekt. Hab ich auch. Okay. Aber sowas von Secret hab ich. Sehr gut. Bin ich gut. Gut, also das Haus ist auf jeden Fall, also das war ganz gut. Das freut mich. Okay, Danja. Das ging relativ schnell, muss ich auch sagen. Danja, drei, zwei, eins und go. Okay. Chrissy, wake up. I don't like this. Und welcher Song ist das diesmal? Das ist auch von, das ist von Stranger Things, aber der trendet gerade halt so ein bisschen auf TikTok. Ah, okay. Und sobald halt ein Sound auf TikTok trendet, trendet der halt auch in meinem Kopf. Leider. Mein Gehirn funktioniert ein bisschen so, dass es alles soundmäßig absorbiert und dann lässt es das nicht mehr los. Das ist ein bisschen anstrengend manchmal. Schwierig, in diesem Kopf zu leben. So, jetzt geh ich mal hier hoch und guck mal, weil hier sind nämlich neue Häuser dazugekommen. Boah, warum schließen die denn immer alle ab? Versteh ich auch nicht. Wollen die keine Gäste? Ich kann es gar nicht verstehen. Was ist denn immer für eine Mentalität? So, ich schaue mal. Also gleich werde ich das mal hier versuchen. Einfach so keinen Besuch zu empfangen. Echt mal. Also, da muss ich auch einfach... Ey, jetzt wurde ich gebannt. Was soll das? Sehr gut. Ey, ganz ehrlich, finde ich richtig daneben. Ich habe dir doch gar nichts getan. Finde ich gut. Okay, ich habe ein Haus gefunden, wo ich glaube ich gleich mal reingehe. Ich habe doch überhaupt nichts falsch gemacht. Ja, das versuche ich mal. Okay, Daniel, du hast noch knapp 30 Sekunden. Ja. Das wird schon, das wird schon, das wird schon. 10 Sekunden. 3, 2, 1. Komm, ich gebe dir noch 10 Sekunden. Okay. Hab. Hab, hab, hab. Die Zeit braucht jetzt. Nein, hast du nicht. Ich habe dich gesehen, wo du bist. Du hast keinen Secret Spot. Wo hast du mich denn gesehen? Da, dieser Tunnel ist kein Secret Spot. Warum? Ich bin in diesen geheimen Eingang da reingegangen. Der ist zu. Der Eingang ist doch zu. Ja, okay. Ist ein geheimer Eingang. Ja, eigentlich nicht, aber ist okay. Doch. Du hast mir mein Haus weggenommen, das finde ich nicht in Ordnung. Ich habe dir dein Haus weggenommen? Nur, weil ich dir 10 Sekunden zusätzlich gegeben habe. Du hast mir keine 10 Sekunden zusätzlich gegeben. Ich nehme endlich meine... Doch, habe ich dir. Ich habe dir noch 10 Sekunden gegeben. Eigentlich zählt das nicht. Ich nehme meine Zeit mittlerweile nämlich hier auch selber, weil ich deine... Ja, ja, jetzt mach. Fang doch an. Start. Darf ich denn in das Haus trotzdem? Ja, wenn du halt einen anderen Spot auswählst, ist okay. Gut. Ach, Mann. Okay, hab was. Hast du was? Hab was. Okay, das ist so schnell. Ja. Okay. Drei, zwei, eins und go. Okay. Guck jetzt ganz genau. Ich guck jetzt ganz genau. Okay, hier ist mal ein offenes Haus. Das ist ja mal freundlich. Aber ich glaube, das ist wieder so eins, wo es kein... Wo es nichts gibt. Oder wo ich zumindest... Wo ich halt nicht weiß, wo was ist. Das ist ja leider häufiger das Problem. Oh. Ey, Leute. Ganz ehrlich. Macht doch eure Türen auf. Sonst können doch gar keine Gäste zu Besuch kommen. Macht es zu. Schließt ab. Dann erst unterwegs. Ja, aber... Schließt einfach ab. Schließt nur so lange ab, bis du wieder unterwegs bist, ne? So in der Art, ja. Wobei, ich kann eigentlich in diesem Haus bleiben. Und ich glaube, die Person wird mich definitiv nicht finden. Also, ich bin in der Wand. Meine Haare sind halt... Aber es ist etwas, wo du dich nicht rein... Also, okay. Gut, ich lass das zählen. Ich lass das zählen. Hätte ich jetzt eine andere Frisur, wäre ich komplett weg. Sag ich mal so. Ja, okay. Dann leg los, Karl. Ich hab auch überhaupt nicht mitgezählt jetzt, ne? Ich hab gar keine Ahnung, wie der Punkt das dann ist. Ich hab auch schon den zweiten Secret-Raum gefunden hier im Haus. Okay, das ging schnell. Ja, ich weiß. Also, du brauchst gar nicht erst gucken. So, drei, zwei, eins und go. Jetzt frage ich mich natürlich, in welchem Haus du bist. Wenn du so vieles... In dem Haus, wo du gerade auch warst. Ach so. Ja, gut. Äh, hier könnte... Maybe was sein. Boah, das Haus haben wir, glaube ich, früher oft benutzt. Für irgendeine Serie hatten wir das, wo ich gerade drin bin, immer. Aber das sieht hier gerade schlecht aus mit Secret-Spot. Ich glaube, in diesem Haus war ich noch nicht. Aber das ist genau das Gleiche aus. Das würde ich eigentlich nicht nochmal nehmen. Mann! Ja, sonst haben wir fast keine Häuser mehr, ne? Nee. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich noch hingehen soll. Chrissy, wake up! Hier müsste es eigentlich was geben. Äh, Zeit ist schon ums. Obwohl, nee, ich hab gar nicht geguckt, sorry. Wow. Ich hab' geguckt. Wow. Wow. Ja, du hast... Du hast... Komm, du hast noch eine Minute. Du hast noch eine Minute. Danke, weil du nicht geguckt hast. Ja. Also definitiv über zwei Minuten. Ja, ich hab' auch jetzt die ganze Zeit, äh, immer mitgeguckt. Und jetzt ist es wirklich das einzige Mal, wo ich nicht meinen Timer eingeschalten hab. Tja, Pech gehabt. Ja, oder Glück. Pech gehabt. Oder in dem Fall dann halt auch mal Glück. Ich krieg' echt die Krise. Ich krieg' echt ne Krise, Khan. Okay. Noch zehn Sekunden. Es gibt einfach keine... Secret Spots mehr. Ja, es ist nicht einfach. Fremde Häuser. Okay, Zeit ist um dann, ja. Ich sitz' auf dem Klo, zählt das auch? Ich hab' noch einen Versuch. Was? Los geht's. Was zählt? Hab' gesagt, ich sitz' auf dem Klo, zählt das auch? Nö. Oh, meine Kraft. Du weißt, ich kann's nicht... Okay, hier muss ich doch bestimmt einen Secret Spot finden. Also es kann doch nicht sein, dass es hier keinen Secret Spot gibt. Ähm... Ja, okay, das Haus ist auch weg. Super. Aber ich glaube, es ist... Warum kommen auch keine Leute dazu, Mann? Oh, warte, sie baut gerade was. Komm. Oh, irgendwas hin. Komm schon. Bitte. Oh. Es kann nicht wahr sein. Tja. Die Leute bauen auch keine Häuser mehr. Ist alles so teuer geworden, Danja. Ja, ich merk' das schon. Die bauen keine Häuser mehr. Ach, da vorne stehst du ja. Ja, aber... Hallo. Es sind auch sonst keine Häuser mehr da. Kukulu. Ah, jetzt bist du weg. Ja, Kukulu. Jetzt bist du da gegangen, wo ich vorhin war. Kukulu. Baust du jetzt ein eigenes Haus dahin? Ist das erlaubt? Ja, haben wir vorher nicht gesagt. Wow. Ja, wow. Okay, alles klar. Ich hab mein Secret Spot. Du darfst natürlich gerne jetzt auch dieses Haus benutzen, okay? Aha. Okay, Zeit läuft. So, das war doch irgendwie hier. Und dann hier. So, bin im Secret Spot. Okay, wir machen jetzt noch zwei letzte Runden. Okay. Dafür ist es aber so, du musst dich einmal bei mir verstecken, ich einmal bei dir, okay? Na gut. Alles klar. Auf dein Zeichen starte ich. Start. Ja, hab was. Okay. Gut, und ich muss mich jetzt bei dir verstecken? Genau, richtig. Also, man kann es ja in der Aufnahme sehen, dass ich was hatte. Okay. Gut. Ich warte auf dein Zeichen. Go. Okay. Aber was ist hier wahrscheinlich? Irgendwie. Nö. Und was in meinem Haus hast du hier in meinem Haus? Du stehst doch dort, bei dir. Ja, aber man kann es doch in der Aufnahme sehen, ich habe mich bei dir versteckt. Du hast dich selbst nicht bei mir versteckt. Ist das jetzt dein Ernst? Und damit gewinne ich die Challenge. Weil Dania einfach reingefallen ist auf... Ich habe dich einfach gebannt. Und damit kannst du nicht in mein Haus rein. Leute. Also. Damit musst du halt rechnen, wenn du in ein fremdes Haus einbrechen möchtest. Dania. Also, sorry. Kriminelle haben bei mir keinen Platz. So. Leute. Wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Dania ist wahrscheinlich schön sauer. Aber, äh. Ja. Dann kommst du trotzdem nicht rein. Was? Dann nochmal. Ich finde, ich sollte gewinnen dafür. Dass ich mich hier jetzt nochmal reingefriegt habe. Ja, aber ich habe dich ja wieder gebannt. So. Macht's gut, Leute. Tschö. Ich sehe das jetzt hier nicht ein. Ich sehe das jetzt überhaupt nicht ein. Sehe ich das hier. Lass mich jetzt hier in den Secret Spot gehen. Oh. Alter. Ganz ehrlich? Ich bin nicht unfair. Ich sehe das jetzt hier in den Secret Spot gehen. Ich sehe das jetzt hier in den Secret Spot gehen.